Servus, liebe Freunde des Wiener Kabinettorchesters, willkommen bei den Wiener Kabinettgeschichten. Liebe Freundinnen und Freunde des Wiener Kabinettorchesters, ich habe heute wieder eine Wiener Kabinettgeschichte für Sie. Heute geht es um den Hüstlstrich. Heute möchte ich mit Ihnen ein Schlucker Kaffee trinken. Und ich darf heute eine kleine Anekdote zu den Wiener Kabinettgeschichten des Wiener Kabinettorchesters beitragen. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Wiener Kabinettgeschichten. Ich begrüße Sie von meinem Lieblingsplatz aus, meinem Sofa und ich habe auch mein Lieblingsinstrument mitgebracht. Ich würde sagen, vielleicht an meinem Mützl, es ist kalt draußen. Deswegen gibt es heute Hass im Aronis. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Wiener Kabinettorchesters. Ich darf Sie heute zu einer neuen Folge von Verstehen Sie Wienerisch begrüßen. Aber wenn man ein bisschen entgleist, bedient die Geige etwas zu Wiener. Servus, liebe Freunde des Wiener Kabinettorchesters. Herzlich willkommen bei den Wiener Kabinettgeschichten. Verstehen Sie Wiener Kabinettorchesters. Verstehen Sie Wiener Kabinettorchesters. Verstehen Sie Wiener Kabinettorchesters.